Moin Leute Herzlich Willkommen zu einem ganz kleinen Video mit mir Wie wenn ich heute mal ein bisschen kriminell in Roblox Street Live durchschauen Was geht hier ab Digga? Händler? Ok 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 Hey warum hab ich gerade hier Bargeld auf meiner... Digga das ist crazy Warum hab ich hier ein bisschen Bargeld? Verstehe Digga, verstehe Wurde einfach gekript, oh mein Gott der Krypto-Kript bei 1000 Aber 1000 aber halt nicht 1000 ist das höchste wofür du das verkaufen kannst Roller rumfahren Digga wollen wir mit Facken Roller rumfahren Oder wollen wir lieber hier rumfahren Ja komm Wir spawnen mal einen Dodge oder Höhlenkratzer 1,5 Tier Keine Ahnung Sehr gerne mit Dodge dazu Ok ok Auch wenn man denn dahinten eine Waffe Wow 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 Das ist crazy Wow chill Früher Wie laut oder wie laut wird's schon noch sein Digga das ist crazy Das ist crazy Digga das Game ist also das ist viel lauter als keine Ahnung Ok Ok Also ähm Also Oh mein Auto weg Worte Nein Bleib drehen Das ist crazy Das ist crazy Mein Auto kein bock auf mich Das ist crazy Mein Autofobie Vorwiebel gar kein bock auf mich Das Das kommt hart Das ist crazy Okay Ok ok Okay Wör ich diese Waffen als nur... Also wör ich dazu fake more Wör ich denn das ist Erst auf der essentially das ist Vertraut mich Vertraut mich das erst auf das vertraut mich Vielleicht hast du einen klicke klicke und das garum weil wir nicht umbringen. Ich weiß nicht was da was gerade so eine Mission ist. Ich will mich einfach nur weg. Boah stimmt. Ich will einfach nur weg. Okay. Ich tue nichts. Aber ich tue einfach nichts. Ich will einfach nur weg. Einfach nur weg. Ey, du gibst nur Money, boah. Du gibst mir nur Money, boah. Du gibst mir nur Money, boah. Wie fängst du nur Money, bro? Das ist crazy. Oh, weil bin ich Engländer geworden. Vor allem bin ich Amerikaner geworden. Wenn wir einfach wegsmocken, die Ops. Das ist crazy. Auf einmal ist der Totbrunner. Boah, warum schießen wir eine Waffe? Warum schießen wir eine Waffe? Da bin ich schon nicht geschossen. Das ist crazy, boah. Na, auf einmal schießen wir eine Waffe nicht. Boah, was ist das für eine Waffe? Boah, wie sehr. Boah, wo bist du, bist du? Das ist ein Guck, das ist crazy. Du bist crazy, Bro. Einmal facken zum Guck hier. Ne, wer ist das? Wer ist das? Das ist crazy, wie er aussieht. Das ist crazy, Digga. Das ist crazy, Digga. Warum haben wir so weiße Haare, warum... Das ist wie krass, was Digga. Warum haben sie eigentlich... Na, schon wieder so einer, oder? Hier ist ein Anime-Typen, der. Oh, warum ist das so hässlich? Das ist crazy. Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss jetzt schießen, ne? Probier ich der andere Person, wenn die jetzt schießen. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ne? Die, die, die schießen ja selber. Auf wen schießt ihr? Das ist crazy, boah. Auf wen schießt ihr? Okay, okay. Ich werde davon gerade Waffe sein. Das ist crazy. Das ist crazy. Auf einmal mit der Waffe raus. Fuck. Let's go. Wow, wow, wow. Das kriminelle müssen wir natürlich nicht auf einen Sinn halten. Mir nicht so gefühlt. Fast jeder kriminelle hat nicht so... Einen einen Job macht. 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 Er macht einen ganz normalen Job. Okay, macht einen ganz normalen Job. Das ist... Das kann man angestellt sein. Okay, boah. Okay, boah. Der schießt uns jetzt dabei. Ich weiß aber nicht, weil... Ich höre kurz für den Brille. Damn, damn. Ey... Yo... Das ist crazy. Wir müssen ein bisschen... Tomaten müssen wir ein bisschen ernten. Ihr wisst schon so. Tomaten. Minze. Ne, wir müssen Minz müssen wir ernten. Minze. Minze oder Tomaten. Das ist jetzt so... Das ist so versteckt hier. Weißt du, wisst ihr? Naja... Das ist crazy. Hier wird das NNR... Dann irgendwie noch. DuES mich hier. Bis wir halt auch nur 10 haben. Und wenn wir halt nicht so 10 unsere haben. So... 10 Tomaten. Dann verwandeln wir das noch. Eine riesige Tomate. Okay so... Also... ich gehe jetzt schon. Ich gehe schon. Ich gehe jetzt schon. Ich gehe schon. Ich gehe jetzt schon. Ich gehe schon. Dann renn wir nicht hinterher. Ich gehe schon. Das ist crazy. Das ist crazy. Warum hast du viel Internet? Warum lecken wir ein PC so doll? Wie fahren wir? 2000. 2000 ist wirklich stabiler Preis. Müll ich mal suchen? Müll ich suchen? also ich will hier mein geld von den müller mich haben das kräfte der entfang roblox kann man das hier machen ein roblox ist das crazy naja das ist krank Geld um Geld um und einzahlen 2068 ach sieh ich bin hier richtig krass ich bin hier auf der reichste 36.000 das ist ja wohl ja ich bin nur noch vorne was ihr natürlich auch machen solltet wenn ihr überhaupt irgendwann outfahren sollt, wenn älterer und sonst dabei sind oh der ist ein Tier na na der hat wie viel in den Schoss in den Bräge den Eok Aissi, das ist ein crazy Typ das ist krass Bro 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 Bro, hab ich schill schill Ich bin der Base, bitte Bro, ich geh doch schon brushen. Aber ich bin halb tot brushier beim Base. Das ist crazy. Ich will mich auf einmal schießen, das ist crazy. Das ist crazy, Bruder. Das ist crazy, ich will mich nochmal wegsmoke. Das ist crazy. Ich habe so keine Waffe. Oh, warte, warte, die. Oh, komm her! Oha, okay, ne, die würde ich doch fliegen, die würde ich doch fliegen, ne? Okay, also ich meinst, konnte ich ernst gefühlt, oder? Das ist crazy. Okay, okay, komm mit, ne, Brun? Komm mit, Brun? Komm mit. Fuck, Brun, ich bin mit der Füße, oder? Das ist crazy. Boah, Brun, ich hab zwei Appetiker, warte, 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 zwei Appetiker, das ist crazy. Das ist crazy, ich hab zwei Appetiker. Nein, echt, ich hab's gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, Brun, das ist normal, war gewollt, wie es jetzt war gewollt. Fuck, Brun. Ich bin jetzt einfach gestorben, gell, lass go. Woher sie den boxen, ne, den boxen wir jetzt! Ah, der ist halt der andere Idiot, der Anime-Typ, der auch einen krassen Ausgang hat, hm. Na, voll gegriffen, Brun, komm her, Brun, komm her. Komm her, du ganz voll gegriffen. Komm her, Bruder, komm her. Warum rennts du, Bruder, warum rennts du? Ich hab gleich eine Waffe holt, der hat mich gefickt. Komm her, dein ganz voll gegriffen, Bruder, komm her. Brun ist ja ganz internet, alles gefickt. Brun, ich bin ganz müh, ah! Prozent Prozent mit dem Spiel der Dahl jetzt nicht hin und die und die und die und die und die und die die mich hat nicht so fast wie umgebracht mich haben ich habe mich umgebracht weil wir wissen so müssen wollen die wir mich nicht umbringen wenn sie wohl wenn die Straße in die Kenne Entschuldigung Stuttgart und Kündigung was kann sich ja was für sie hat in diesem Bereich hat und die sind die bis zu sehen weg wie man sich ob der war also wie man sehr komm herr, komm herr, komm herr da ist die blöde auf einmal hinter digga da ist kräzig, boah, auf einmal hinter brei da ist kräzig, da ist kräzig boah, leid, mach stehen, boah da ist kräzig, die hat auch noch was ich hätte aber gerade was verziehen dabei Gibt es ja nicht. Naja kommt hier. Da 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 da. Die machen ja gar nichts. Wie schlecht sind die Digger. Bruder ich hab gedacht die werden besser. Das ist Crazy Digga. Das ist Crazy Digga. Das ist Crazy Digga. Das ist Crazy Digga. das ist ist das ist das ist mit Das ist ja nicht so, wie es anders ausgeht. Das ist crazy, das ist crazy. Das ist crazy. Vielen Dank, dass ihr geguckt habt, dass ihr, keine Ahnung, crazy ist, dass ihr mich übergeguckt habt. Auf jeden Fall nicht, bye, bye, haut rein und ciao, ciao.